Sollen Facebook und Co. per Gesetz gezwungen werden, bestimmte strafbare Inhalte schneller zu löschen? Seit rund drei Monaten wird der Entwurf für das sogenannte Netzwerkdurchsuchungsgesetz kontrovers diskutiert. Schon kurz nachdem Justizminister Heiko Maas im März eine erste Fassung seines Anti-Hate-Speech-Gesetzes vorgestellt hat, formierte sich breiter Widerstand aus der Zivilgesellschaft und Internetwirtschaft und inzwischen hat sich sogar ein UN-Sonderberichterstatter in die Debatte eingemischt und die Bundesregierung dazu aufgerufen, das Vorhaben doch mal zu überdenken. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages attestiert dem Gesetz in zwei Gutachten schwerwiegende rechtliche Mängel und trotzdem wollen die Regierung und die Große Koalition das Gesetz noch vor der Sommerpause im Schnellverfahren durchs Parlament bringen. Jetzt am Montag wird der Entwurf Gegenstand einer Expertenanhörung im Rechtsausschuss sein und was davon zu erwarten ist und ob es zum Showdown für die Meinungsfreiheit kommen wird, das weiß natürlich Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft und der ist jetzt bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Hass und Hetze im Netz effektiver bekämpfen, dagegen kann man ja eigentlich nicht wirklich was haben. Wogegen dann richtet sich die Kritik genau an diesem geplanten Gesetz? Ja, das stimmt. Natürlich, strafbare Inhalte im Netz müssen bekämpft werden, müssen entfernt werden. Aber die Art und Weise, wie dieses Gesetz das erreichen will, das ist eigentlich Gegenstand der Kritik. Denn dieses Gesetz verpflichtet Social-Media-Unternehmen dazu, bestimmte strafbare Inhalte, die das Gesetz definiert, innerhalb von 24 Stunden in offensichtlichen Fällen und innerhalb von sieben Tagen nach Eingang einer Beschwerde zu löschen. Das Problem, was jetzt dadurch entsteht, ist, dass ein wahnsinniger Druck auf die Social-Media-Unternehmen ausgeübt wird, innerhalb von relativ kurzer Zeit doch recht komplexe juristische Prüfungen vorzunehmen. Denn wie gesagt, es geht zum Beispiel um die Löschung von Beleidigungen oder übler Nachrede oder Volksverhetzung. Also Äußerungsstraftaten. Und das Äußerungsstrafrecht ist sehr, sehr komplex. Ob eine Äußerung strafbar ist oder nicht, hängt immer ganz stark davon ab, in welchem Kontext die getätigt wird. Ja, ist das vielleicht jetzt gerade Satire? Ist das eine künstlerische Tätigkeit? Dann sind eben Äußerungen ganz anders zu bewerten, als wenn man die ganz ernst macht. So, und das kann sehr komplex sein. Denken wir zum Beispiel an das Böhmermann-Gedicht. Da haben sich Juristen wochenlang drüber gestritten, ob das strafbar ist oder nicht. Und jetzt soll also ein Mitarbeiter bei Facebook innerhalb von 24 Stunden, nachdem irgendwer sich über einen Inhalt beschwert hat, entscheiden, dieser Inhalt ist strafbar oder nicht und ihn dann auch löschen. Die zweite Stufe, die das Gesetz noch vorsieht, ist, wenn dieses Beschwerdemanagement nicht richtig funktioniert, dann drohen dem Unternehmen Strafen bis zu 50 Millionen Euro. Und die Gefahr, die dann natürlich besteht, ist, dass sich die Unternehmen sagen, also im Zweifel, wenn ich jetzt innerhalb von 24 Stunden nicht so ganz genau weiß, ob der Inhalt rechtmäßig ist oder nicht, dann lösche ich ihn doch lieber, bevor ich hier so ein Bußgeld riskiere. Und genau das ist eben die Gefahr, so eine Gefahr des Overblocking, könnte man sagen, dass eben Inhalte, bei denen in dieser kurzen Zeit nicht genau feststellbar ist, sind sie rechtmäßig oder nicht, die werden eben auch gelöscht. Und genau darin liegt eben eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Und das ist eigentlich so der zentrale Kritikpunkt an dem Gesetz. Jetzt hat sich ja auch der UN-Sonderberichterstatter David Kay eingeschaltet und sich mit einem Schreiben an die Bundesregierung gewandt. Was hat er daran gesagt? Er hat eigentlich genau das, was ich auch gerade wiedergegeben habe, kritisiert. Er sieht nämlich auch die Gefahr des Overblocking durch diesen Mechanismus, der da eingeführt wird, dass man also strafrechtliche Prüfungen auf Privatunternehmen auslagert und die dann zwingt, innerhalb von starrer Fristen und unter anderem von hohen Bußgeldern über die Strafbarkeit dieser Inhalte zu entscheiden. Und da sagt er eben auch, das gefährdet die Meinungsfreiheit. Und deswegen hat er die Bundesregierung ganz deutlich aufgerufen, dieses Gesetz nochmal zu überdenken. Kritik an dem Vorhaben, hattest du auch schon mal erwähnt, kommt ja auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Was genau bemängelt der Dienst an diesem Gesetz? Ja, das sind sogar zwei Gutachten, die der wissenschaftliche Dienst jetzt mittlerweile erstellt hat. In dem einen Gutachten geht es um die Frage, ob dieses Gesetz eigentlich mit dem Europarecht vereinbar ist. Und da sagt der wissenschaftliche Dienst ganz deutlich, nein, das ist er nicht. Denn es gibt eine europarechtliche Regel, die sagt, dass solche Online-Unternehmen grundsätzlich in einem Mitgliedstaat der EU keinen schärferen Vorschriften unterworfen werden dürfen, als sie in ihrem Heimatland haben. Und dieses NetzDG, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll eben in Deutschland gelten, aber eben für Unternehmen aus der gesamten EU. Selbst wenn es in deren Heimatland so etwas wie das NetzDG gar nicht gibt. Und deswegen verstößt eigentlich das NetzDG gegen das Europarecht, gegen das Herkunftslandprinzip. Zweite Gutachten sagt, verfassungsrechtlich ist verstößt gegen die Meinungsfreiheit, ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und ja, deswegen eben auch nicht zu machen. Also mit anderen Worten, gerade die rechtliche Kritik ist ziemlich harsch. Ja, dass eben gesagt wird, hier liegen Verfassungsverstöße vor, Europarechtsverstöße. Das geht eigentlich so überhaupt nicht. Jetzt haben wir ja auch gehört, dass die das vor der Sommerpause noch durchpauken wollen. Am kommenden Montag wird das Gesetz im Rechtsausschuss des Bundestages im Rahmen einer Expertenanhörung erstmal behandelt. Was ist davon zu erwarten? Ja, also wenn man sich so anschaut, wer die geladenen Experten da sind, da muss man sagen, das sind alles Leute, die eigentlich im Vorfeld dieses Gesetz schon kritisiert haben. Also man kann davon ausgehen, dass es da ziemlich harsche Kritik geben wird. Gerade heute ist noch eine Stellungnahme der Bundesdatenschutzbeauftragten bekannt geworden, die eben auch nochmal massive Bedenken an diesem Gesetz angemeldet hat. Vor allen Dingen an einem Element, was so ein bisschen weniger in der Debatte ist und was eher so am Ende des Gesetzes noch da reingefrickelt wurde, nämlich ein Auskunftsbefugnis für die Betreiber von Online-Diensten. Das soll in Zukunft so sein, dass im Grunde jeder unter dem Vorwand, ich wurde in meinen Persönlichkeitsrechten verletzt, zum Betreiber eines Online-Dienstes gehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt bitte mal den Klarnamen, die realen Daten, die hinter einem Pseudonym stehen. Und das kann man natürlich sehr leicht missbrauchen. Zum Beispiel, um politische Gegner unter Druck zu setzen oder Online-Stalker könnten das benutzen, um die Identität, die echte Identität ihrer Opfer rauszufinden und die dann auch im realen Leben zu drangsalieren. Und da sagt eben die Bundesdatenschutzbeauftragte, hier fehlt ein Richtervorbehalt, hier fehlt irgendeine Art von Abwägung mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das sieht dieses Gesetz nicht vor und darum ist das eine echte Gefahr, dass wir im Grunde so eine Art faktische Klarnamenpflicht durch die Hintertür bekommen. Jetzt gibt es von so vielen Seiten Kritik und die Zeit drängt natürlich, denn bis zur parlamentarischen Sommerpause sind es noch gut zwei Wochen. Wie wird das jetzt weitergehen mit dem Gesetz? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sich im Moment sehr viele Leute stellen. Eigentlich, also die Front der Kritiker sagt eben jetzt bitte keine Schnellschüsse. Dieses Gesetz ist, da sind sich eigentlich auch alle einig, in der gegenwärtigen Fassung absolut inakzeptabel. Und jetzt noch an diesem eigentlich todkranken Patienten rumzudoktern und zu versuchen im Schnellverfahren noch mal innerhalb von zwei Wochen jetzt noch in aller Eile da irgendwelche Notoperationen sozusagen durchzuführen, das wird nicht zu einem stimmigen Ergebnis führen. Das wird eben insgesamt wahrscheinlich zu einem Gesetz führen, was für die Meinungsfreiheit im Internet nachteilig oder eben sogar schädlich ist. Okay, also du meinst, trotz der vielen Kritik von so vielen Seiten kann man in diesem Moment nicht mehr viel machen, die werden das durchgeboxt bekommen. Der politische Wille ist definitiv da und es wurde auch schon verschiedentlich geäußert, sowohl von der Union als auch von der SPD, dass sie halt sagen, ja, dieses Gesetz mag nicht perfekt sein, ja, es mag viele Fehler haben, aber jetzt gar nichts zu machen ist schlechter als etwas zu machen. Und darum will man jetzt lieber etwas machen und versuchen jetzt noch, wie gesagt, ein bisschen rumzudoktern. Und wenn es dann irgendwelche negativen Auswüchse in der Anwendung des Gesetzes gibt, möchte man das sozusagen on the fly, also während es schon gilt, dann noch korrigieren. So jedenfalls ist das, was jetzt so gesagt wird, also ein verantwortungsvolles, gesetzgeberisches Vorgehen, würde ich sagen, sieht anders aus. Und vielleicht sollte man sich lieber nochmal in Ruhe hinsetzen, dieses ganze Phänomen Hate Speech und so weiter genauer untersuchen, sich dann überlegen, wo sind eigentlich die Ursachen und gezielt gegen die sozialen Ursachen vorzugehen. Denn das vielleicht noch so als letztes, es ist halt auch einfach ein Irrglaube anzunehmen, dass irgendwie so soziale Probleme und letztlich Hate Speech und die Auswüchse, Hass im Netz sind ja nichts anderes als ein soziales Problem, das durch, ja sagen wir mal, technikbezogene Gesetzgebung irgendwie ändern zu können. Und das ist, glaube ich, ein grundlegend falscher Ansatz. Soziale Probleme muss man dann auch mit sozialen Lösungen bekämpfen und vielleicht nicht mit technischen. Ja, während wir alle gedanklich vielleicht schon in den Sommerferien sind oder irgendeinen Urlaub planen, sind wir froh, dass Volker vorbeigekommen ist und uns nochmal gesagt hat, dass besonders vor der Sommerpause gerade eben die Bundesregierung das Anti-Hate-Speech-Gesetz durchdrücken möchte. Und so wahrscheinlich dann auch das schaffen wird. Gut, dass du uns aber nochmal da den Finger in die Wunde gelegt hast und uns darauf hingewiesen hast. Kann man alles auch nachschauen bei euch auf der Seite digitale-gesellschaft.de. So ist es. So heißt eure Seite. Da seid ihr am Up-to-Date. Alles, was ja ist so in Politik und Netz sozusagen. Genau. Und es gibt auch eine Mailing-Aktion, die wir da vor einiger Zeit schon gestartet haben. Wer möchte, kann da auch immer noch dran teilnehmen. Und eben, wir haben da so vorbereitete Textbausteine. Und dann kann man einen Brief schicken an Mitglieder des Rechtsausschusses. Dort, wo jetzt am Montag auch die Anhörung stattfindet. Und eben nochmal ganz dezidiert sagen, warum man gegen dieses Gesetz ist und warum man dazu aufruft, dieses Gesetz nicht zu erlassen. Also das geht immer noch. Es ist nie verkehrt, seine Stimme zu erheben und mal deutlich zu machen, was man denn als Bevölkerung so eigentlich will. Und du bist doch oft in diesen Gefilden auch unterwegs und triffst die Leute. Kann man den Herrn Maas nicht mal zur Seite sagen, Heiko, hör doch mal zu. Das kannst du doch so nicht machen. Also Herr Maas ist sehr, sehr gut da drin, Gespräche mit seinen Kritikern aus dem Weg zu gehen. Kürzlich gab es mal eine Veranstaltung des Bitkom, das ist so eine Branchenvereinigung der Internetwirtschaft. Da sollte er eigentlich diskutieren darüber, hat aber relativ kurz vorher abgesagt und dann Sekundanten geschickt. Und so geht das jetzt relativ häufig eigentlich. Also ich glaube auch, Herr Maas ist sehr überzeugt von dem Gesetz, was er da vorgelegt hat. Und ich glaube, das wird jetzt vielleicht nicht so viel bringen. Aber wie gesagt, Bundestag hat viele Abgeordnete, auch im Rechtsausschuss sitzen viele Abgeordnete, die stimmen alle darüber ab. Und denen kann man das gerne sagen, was man von diesem Gesetz erzählt. Vielen Dank für deinen Besuch. Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.